Liebe Krimi-Freunde, wir Schleidener sind Ihre Gastgeber bei der Kriminale 2010. Darauf sind wir sehr stolz und wir freuen uns auf Sie. Schleiden, das liegt südwestlich von Köln und südöstlich von Aachen, genau gesagt in der Nordeifel. Über die A1, die A4 und die A61 finden Sie den Weg zu uns. Unsere Region ist ein landschaftlicher Leckerbissen und wir haben den ersten nordrhein-westfälischen Nationalpark direkt vor unserer Haustür. Ein wahres Paradies für Wanderer und Naturliebhaber. Schleiden ist eine charmante Flächengemeinde mit bürgerlich-mittelständischem Charakter, eingebettet in Wald und Berge. Wir leben hier mit rund 14.000 Einwohnern, bunt gemischt in allen Altersklassen. Unsere Hotels, die Gastronomie und unsere lebendige Innenstadt werden Ihnen bestimmt sehr gefallen. Eine Idylle, aber der scheint trübt. Der liegt seit mindestens sechs Stunden hier. Warum hat das Schweine nur so zugerechnet? Fachmännisch ausgeweidet. Und der erste Tote ist nicht der letzte. Noch am gleichen Tag verschwindet eine Touristin. Ich fühle mich so, als ob mich jemand verfolgt. Ich habe voll Angst. Oh Gott! Wir unterbrechen unser Programm für eine Eilmeldung. Soeben wurde ein zweiter Tote im Nationalpark aufgefunden. Auch hier scheint es sich um ein Gewaltverbrechen zu handeln. Der schleidender Bürgermeister ist soeben vor die Presse getreten. Den Hinterbliebenen der Opfer gilt natürlich unser vollstes Mitgefühl. Es ist unglaublich, dass in unserer kleinen Eifelstadt solche Vorgänge stattfinden konnten. Ich bin mir jedoch sicher, dass die wie immer hervorragend arbeitende Polizei alles in ihrer Kraft Stehende tun wird, um diese kriminalistischen Vorgänge schnellstmöglich aufzuklären. Und ich bin mir sicher, dass wir bald auch eine Nachricht über die Greifung der Täter an die Öffentlichkeit bringen können. Eine fieberhafte Suche beginnt. Alle Kräfte sind im Einsatz als die schlimmsten Befürchtungen. Die dritte Leiche in zwei Tagen wird schon wieder so ekelhaft zugerichtet. Mordseifel. Ein Zufall bringt die erste heiße Spur. Hier haben wir gefunden. Das Blut ist von der Kleinen heute. Boah, wie krass. Mein Gott. Ich bin doch nebenbei auch Jäger. Das musste einer von unseren eigenen Leuten gewesen sein. Helfen Sie uns, den Täter zu finden. Wir zählen auf Sie. Bei der Kriminale 2010 in Schleiden. mit Herzen gebirgelt. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020